Man muss das schon differenzieren. Einigen Branchen geht's gar nicht so schlecht, anderen leider umso schlechter. Bei VW drohen jetzt Werkschließungen, weil wir, das wissen Sie, Strukturprobleme haben. Und das größte Strukturproblem heißt Ampel. Ja, endgültig zerrüttet, Freunde. Jetzt veranstalten Sie schon konkurrierende Wirtschaftsgipfel am selben Tag. Ja, wie früher beim Kindergeburtstag. Dann lade ich dich aber auch nicht zu meinem ein. Wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen. Es ist im Moment nicht möglich, einen Konsens zu finden. Woran es gegenwärtig mangelt, ist Einvernehmen. Deswegen schlage ich vor, ein neues Instrument einzuführen. Diese Vorschläge kenne ich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel eingeladen zu einem Gespräch. Ich selbst werde keinen Gipfel machen. Ich wäre gekommen, aber der Bundeskanzler hat so entschieden. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel muss weg. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel.